ja leute willkommen jetzt hier zu einem weiteren video und ich habe jetzt so fast oder genau drei wochen keine videos mehr gemacht das hat einfach den grund dass mir keine ideen eingefallen sind was ich als video aufnehmen könnte weil das letzte video also das letzte richtige video war ja der Zoovlog 3 und ich habe davor schon zwei gemacht und jetzt den dritten gemacht weil ich einfach mal wieder ein video machen wollte und ich keine dh hatte was ich machen wollte und ja deswegen kam jetzt so lange hast ja keine videos mehr ich hab nur zwei livestreams wo ich bisschen gequatscht habe aber mehr kam auch nicht und im oktober oder irgendwie in oktober oder november da kommt ein vlog das weiß ich ja aber davor was ich da vorne für videos machen soll das also ich hab ja immer früher also ganz früher 2015 da war ja noch minecraft ein bisschen so ein hype und da habe ich ja jeden tag ein minecraft wieder raus gehauen ja denn da wusste ich ja was ich machen sollte aber jetzt so minecraft habe ich immer so bock drauf ist natürlich immer so ein hype und fortnite ja wie gesagt würde ich gerne aufnehmen aber es geht nicht weil meine texturen da nicht laden also ich muss mal irgendwie gucken dass das da irgendwie klappt weil sonst kann ich keinen fortlauf mitspielen das ist auch so die scheiße und ja also in den nächsten tagen wird es wieder videos kommen es würde vier videos kommen mein gott werden wieder videos kommen und ja da würde ich sagen sehen wir uns in den nächsten tagen wieder ja haut rein bis bis zum nächsten video also ich kann schon mal so zu sagen es werden vielleicht keine gaming wie das mal kommen ne vlogs und also ja ein bild sehen also bis zum nächsten mal haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal BRUH BRUH MANN Fällt der an? Da sieht man schon die Flamme Das ist Malkan BRUH Rundestift Alter wie viel Rauch BRUH Knallkircher Meine Abonnenten sind ein Bürophänomen Eskalation Hast du einer Schranke? Ja wir können dran Los gehts BRUH HALT 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 GAS HALT 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 HALT